Kurze Kommunikationswege mit unseren Kunden sind für uns selbstverständlich. Als Innungsmitglied der Gebäudereinigung und Ausbildungsbetrieb legen wir besonderen Wert auf überdurchschnittlich ausgebildetes und geschultes Personal. Unsere Stärke sind innovative Reinigungsverfahren nach dem heutigen Stand der Technik. Dies erlaubt uns die Mitgliedschaft im Qualitätsverbund des Gebäudereinigerhandwerks. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden, denn Sauberkeit hat einen Namen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017